Ja, ist geschafft. Sogar fast beim ersten Mal eigentlich. Oh. Geht noch weiter. Noch drei weitere. Seriously, das wäre fast zu einfach. Okay, ähm, Bügeleisen. Du kommst wieder zum Einsatz. Bügeleisen, du hast mich echt enttäuscht. Aber das ist eigentlich fast zu einfach, wenn die ins Maisfeld reingehen. Jetzt mal gerade ganz ehrlich. So schwer ist das nicht. Hier. Voll eklig und so. Okay. Verstecken die Leiche jetzt erstmal. Weiß nicht, warum ich das gemacht habe. Auf jeden Fall haben wir dann schon mal in Person weniger. Ähm, wenn die ins Maisfeld gehen werden, das wäre natürlich klasse. Das wäre wirklich super. Das wäre einfach himmlisch. Ähm. Ich glaube, die sind auch im Maisfeld, ne? Cool. Aber ihr wisst nicht, wo ich bin. Da ist eine Nonne. Oh mein Gott. Das war gerade echt knapp. Was denn das cool ist? Ich weiß nicht, das wäre eine Schreddermaschine. Das wäre zu cool gewesen. Bringt uns das irgendwas? Boah, das blitzt aber ganz schön da drin. Ich weiß noch nicht so recht, was uns das bringt. Tschüssi. Tschüssi. Was war denn das? Hä? 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 Ich habe doch gar nicht gemacht. Ist mein Plan aufgegangen, hat es das gemacht, was ich gedacht habe, was ich machen soll. Boah, jetzt muss ich mir das mal angucken kurz. Wie geil. Das hat tatsächlich gemacht. Das ist ja herrlich. Das ist ja cool. Das ist ja richtig cool. Okay. Dann schlagen wir uns mal wieder hier rein. Das war wirklich cool gemacht. Aber ich habe es leider nicht gesehen. Ich dachte gerade, der wäre noch eine Nonne. Aber er war nur so ein ganz normaler Typ. Müssen wir uns mal gerade ein bisschen aufpassen. Da hinten ist noch eine Nonne. Die habe ich gerade gesehen. Und da hinten muss auch noch irgendwo eine sein. Was denn jetzt schon wieder? Wurde bestimmt die Leiche gefunden, ne? Kommen wir hier rein? Ja. Wir können hier irgendwie... Wir können hier hochklettern. Ich hatte gerade, hier wäre jemand, Alter. Ähm, sonst noch... Hier ist ja gar nicht wirklich irgendwas, ne? Wo sind die? Hä, wo ist denn die? Die ist da. Die ist da irgendwo, okay. Ups, nein. Ich wollte runter. Ich wollte doch nur runter. Äh, ja. Die ist da. Können wir das gleich... Nee. Ich will hier nochmal das gleiche machen können. Das wird zu cool. Aber ich glaube es eher... Nicht. Nein. Können wir auch gar nicht rein. Oh, oh. Oh, oh. Nein, nein, nein. Sir, Sie sind mir nicht bekannt. Ja, ich kenne dich auch nicht. Ja, entschuldigen Sie. Hey. Komm, wir nach. Sir, könnten Sie mal kurz herkommen? Kommen Sie zurück. Ich will Ihr Gesicht sehen. Okay. Hey. Hey. Drück doch, Kuh. Bist denn du behindert im Kopf? Ne, warte, das war weh, scheiße. Leer. Kuh. Weh. Tschüss. Okay. Äh, verkleiden bitte einmal. Ich weiß nicht, ob das irgendwie bringt, aber... Warum backt das so rum? Okay. Sicher? Vielleicht. Habe ich das ja schon? Alter, wenn die jetzt hier reinkommt, ne? Das wäre so gut. Bleibt alle, wo ihr seid. Er kommt zu uns. Komm. Put, 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 put. Put, 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 put. Scheiße. Alle bleiben auf ihren Positionen. Linie halten. Das war nicht schlecht. Gut, manchmal muss man halt auch ein bisschen rabiater vorgehen, ne? Da würde ich jetzt vielleicht nicht mich unbedingt langschleichen. Okay, eine noch. Da ist die letzte. Waffe, bitte. Oh, warte. Ich seh die nicht mehr. Warte, Headshot. Scheiße. Was sind die, Alter? Oh, ich glaub, ich hab die umgebracht. Okay. Ich hab sie umgebracht. Gut. Oh, Mann. Mann, das war voll gut, weil ich die verschossen hab, weil ich das einfach... Mann, weil die, Alter, sich die ganze Zeit bewegt hat. Jetzt kann ich das alles nochmal machen. Ach, nee. Na gut, eine wird auf jeden Fall gleich sterben. Das hab ich ja schon alles fertig vorbereitet, ne? Oh, ich dachte, das speichert das. Okay, na, die eine, die wird jetzt gleich sterben. Das ist schon mal fertig. Gut, dann gehen wir jetzt mal. Gut. Das Spiel muss mal noch ausschalten. Gut. Lass mal ein bisschen rumschleichen. Ganz ruhig, Jungs. Lassen wir ihn zu uns. Genau. Ich glaub, die ist im Maisfeld. Kann das sein? Scheiße. Wo sind die, Alter? Ich bleib jetzt erstmal hier hinten so, bis sich das alles wieder ein bisschen entspannt hat. Wär die jetzt alleine gewesen, Alter. Das wär ja perfekt gewesen. Die da hinten haben es gar nicht mitbekommen. Das ist ja wirklich super. Kann wir hier drüber einfach... Nee, natürlich nicht. Das wär ja zu einfach, ne? Achso. Hier geht's ja rum. Oh mein Gott! Alter, Verwalter. So. Vielleicht machen wir uns wir da mal hier hinten lang. Oh. Hm. Viel Spaß auf dem Scheißhaus. Okay, ich komm da jetzt nicht mehr rein. Auf dem Dixi-Klo ist also nur Platz für einen. Alles klar. Ja, Mädchen, wie oft willst du das denn jetzt eigentlich noch sagen? Ob wir das wohl runterschießen könnten, wenn die drunter steht? Was ist jetzt los? Das wäre echt cool. Ein Spiel hat sich gerade übrigens minimiert. Boah, ich glaub, das geht. Aber dazu muss die erstmal da runterkommen. Das wäre saukool, wenn das funktionieren würde. Aber ich weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Wäre auf jeden Fall ein Versuch wert. Wir machen das mit diesem Zielschuss. Wir schießen einmal da oben drauf, wenn die drunter steht. Und dann schießen wir noch einmal auf der ihren Kopf. Weil, falls das eine nicht funktioniert, dass wenigstens das andere funktioniert. Und dann verstecken wir uns. Okay, jetzt. Ziel feuern. Nein. Nee, stopp. Abbrechen. Scheiße, ich sehe hier hinten. Och, Mann. Junge, beweg dich doch mal weg da. Meine Güte, Alter. Wirklich. Kein Millimeter. Der Sachs sich jetzt gerade bewegt. Dreh dich um. Komm. Boah, war das gut, ey. So. Das hat irgendwie kaum mehr mitbekommen. So, also. Wir sind eigentlich nicht wirklich aufgeflogen. Aber da hinten ist noch ein Ziel. Wo wir irgendwie hin müssen. Kommandoposten finden. Okay, wir tun jetzt mal rein. So, ihr seid ja nicht wirklich sehr gut. Muss man jetzt einfach mal so sagen. Oh. Das müssen wir noch machen, aber... Das müssen wir noch machen, aber... Okay, wir müssen jetzt hier noch Leute rumstehen. Um... Okay, das geht nicht. Scheiße. Der steht so dumm da. Das ist das Problem an der Situation. Der steht so dumm da. Zentrale, hier gibt's Krawall. Ich komme zu. Was denn? Äh, F. Äh. Achso. Warte, ans Telefon gehen. Achso, das sollten wir. Scheiße, ist das, ne? Gumbadris. Gut. Ich mach bloß mal kurz ne Aufnahmepause. Ich bin jetzt schon bei ner Stunde. Ich nehm mal gleich weiter auf. Ich will bloß gucken, ob meine Aufnahme verwackelt ist und... So, bis gleich.